Ich muss noch mal an You Don't No Jack denken. Aber es ist eine andere Geschichte. Basti, was hast du? Ich habe heute zwei Sachen. Eine nur so ein bisschen am Rande. Die möchte ich einfach nur erwähnt haben, weil ich das Konzept fantastisch finde. Und zwar geht es dabei um die App Be My Eyes. Ich weiß nicht, ob man das so kennt. Be My Eyes ist eine App, die gibt es seit ein, zwei Monaten oder so. Die hat folgendes Konzept. Da kann man sich anmelden, wenn man blind ist. Und man kann sich anmelden, wenn man sehen kann. Und ich kann jetzt als Blinder sagen, ich habe ein Problem. Da brauche ich jemanden, der sehen kann. Und dann drücke ich da als Blinder drauf. Und dann klingelt bei anderen, bei sehenden Leuten, die die App installiert haben, klingelt diese App. Und ich kann hingehen. Und wenn ich der Erste bin, der darauf antwortet, wird ein Videochat zwischen mir und dem Blinden hergestellt. Und der Blinde kann dann zum Beispiel fragen. Bei mir letztes Beispiel. Der Blinde fragt dann, kannst du mir sagen, welche Farbe das Hemd hat, das ich anhabe? Und dann kann ich sagen, ja, das ist so ein lila-rot. Das ist natürlich in dem Fall ein bisschen schwierig durch diese Videochat-Connection. Und dann sagt, und es ist dann normalerweise auch kein Vorgeplänkel oder irgendwie, man erzählt nicht erst was von seiner Oma, sondern der möchte einfach nur schnell wissen, was steht denn gerade auf der Abfahrtstafel oder welches Ablaufdatum steht auf meiner Milch. Und man kann halt jemandem sehr schnell helfen. Danke, tschüss. Und dann ist für den auch, das ist für den ein Problem, das kriegt er sonst nicht gelöst, weil da kann er, der müsste halt in Breil irgendwie eingeradiert haben, welche Farbe jetzt das Ding hat oder welche, wann die Milch abläuft oder was weiß ich hier irgendwas. Und so. Frage, Antwort, danke, tschüss. Und das ist super praktisch und für mich als Sehender ist es halt kein Aufwand. Und wenn ich nicht rangehe, also wenn ich den Anruf nicht annehme, dann nimmt dann halt im Zweifel jemand anders an. Weil die Ratio ist jetzt schon sehr hoch. Also es gibt 194.000 Sehende, die sich registriert haben und nur 17,4.000 Blinde. Das heißt, auf einem Blinden kommen 10 Sehende. Ich kann dann zum Beispiel auswählen, welche Sprachen spreche ich, weil es macht natürlich keinen Sinn, mir in den Spanier reinzustellen, wenn ich kein Spanisch spreche. Also das heißt, ich kriege halt nur Anrufe von Deutschen und Engländern, von Franzosen. Da war ich mir nicht sicher genug, ob ich das hinbekommen würde noch. Deswegen habe ich es mir lieber gelassen, weil im Zweifel brauchen die ernsthaft für irgendwas eine Hilfe und nicht Omelette du Fromage. Und deswegen. Ich kann nur Antworten zu Käse. Ja. Das ist super. Das ist so ein Haken. Ich habe hier ein Luftkissenboot. Das ist voll, aber ich weiß nicht, womit. Wormerisch. Nein, Aale, Mann. Das sind immer Aale. Achso, ja. Stimmt. Und was sie ganz gut machen, ist, sie machen so Gamification in die Sache rein. Das heißt, du kriegst Punkte für alles Mögliche, was du tust. Und wenn du Leuten halt hilfst, kriegst du nochmal extra Punkte. Und umso mehr Leuten du hilfst, umso mehr Punkte kriegst du. Und wenn du es zumindest versuchst, jemandem zu helfen, aber jemand anders kriegt den Anruf vor, dann kriegst du Punkte. Das heißt, du kannst halt Achievements sammeln, indem du halt blinden Leuten hilfst. Also ich finde das Konzept ganz fantastisch. Und das tut niemandem weh und kostet halt nichts. Weißt du, was cool ist? Also vor ein paar Monaten ging das als Werbevideo irgendwie über Vimeo irgendwie so durch. Und ich dachte irgendwie so, ja, das ist ein Zukunftsprojekt, weißt du? Ja. So eine Vorstellung, wie wir in 15 Jahren mal irgendwie hier Leuten helfen gehen. Also es ist super, dass das läuft. Ja, das ist echt großartig. Wie viel hast du schon davon gemacht so? Ich hatte inzwischen einen Anruf, der erfolgreich war. Bei einem hat die Videoconnection einfach nicht stattgefunden, aus Gründen, die ich halt nicht kenne. Und zweimal hat der andere direkt vorher wieder aufgelegt gehabt. Vielleicht, weil es halt nur jemand war, der sich registriert hat und gesagt hat, probiert das jetzt mal aus, obwohl er halt gar nicht blind ist. Und zweimal war halt jemand anders einfach schneller als ich. Also bei mir kommt in der Regel so einmal in der Woche kommt ein Anruf an. Und ob es dann klappt oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt. Ich meine, oft, also soweit ich, also es gibt ja Methoden, wie man solche, so wie so Milchablaufdatum oder solche, wie Leute damit umgehen, die eine Beeinträchtigung beim Sehen haben. Aber es kann ja immer was dazwischen kommen. Du lässt was runterfallen und du vertauschst Packungen oder irgend sowas. Deswegen finde ich es super, super sinnvoll. Super cool. Und es kostet gerade uns als Sehendeck, uns kostet es nichts, diese App zu installieren. Es kostet uns einmal fünf Minuten Zeit. Wir kriegen da auch Achievements dafür, dass wir diese App installieren. Das kostet uns einmal, wir müssen uns da einmal anmelden und die App erlauben, dass sie uns Push-Nachrichten schickt, weil so kommen halt die Anrufe rein. Und das ist alles, was wir tun müssen. Und dann ist diese App installiert und wenn es bei uns klingelt, dann können wir da rangehen oder halt nicht rangehen. Und es ist nicht so, als müssten wir da jeden Monat für bezahlen, dass wir jemandem helfen können, sondern es ist da und wenn es halt klingelt, dann gehen wir hin oder gehen halt nicht hin, je nachdem, ob es klappt oder nicht. Deswegen empfehle ich allen, die jetzt zuhören, jetzt an dieser Stelle in den App Store zu wechseln und Be My Eyes zu installieren, weil das echt voll großartig ist. Dieses Zubehör für Sehbehinderte jetzt im Speziellen, das war ja lange Zeit, es gab halt so spezialisierte kleine Geräte für, keine Ahnung, so welche Farbe hat mein Hemd, habe ich halt so ein kleines Gerät, was ein paar hundert Euro kostet, kann ich an das Kleidungsstück dran halten und dann sagt das rot oder so. Und das, also jetzt dieses spezielle Problem, das kannst du schon so mit einer App lösen. Und überhaupt kannst du die Problematik von ich will einen Computer bedienen mit iOS extrem gut lösen für Sehbehinderte, weil du halt die Accessibility hast und Apps, die entweder speziell dafür gebaut sind oder auch viele Apps, die halt im Standardzustand schon durch die System-Accessibility so gut funktionieren, dass man damit was anfangen kann, dass man halt damit tippen kann unterwegs, dass du nicht irgendwie, weißt du, diese Aufkleber auf Sachen brauchst, diese Brei-Aufkleber, die du dir auf der Maschine stanzen kannst, das ist schon wirklich sehr gut und dann auch solche Lösungen, dass du eben mit Video auch für Gehörlose oder mit Gebärdensprache machen kannst und sowas. Es ist einfach in der Richtung ein sehr mächtiges Werkzeug. Definitiv. Und da war ja auch neulich die Ansage von, ich glaube, Thomas Tim Cook selber, wo er gesagt hat, das ist eine Abteilung, wo wir nicht auf den Return on Investment gucken. Also wir machen einfach die Accessibility und völlig wurscht, ob wir deswegen jetzt mehr Geräte verkaufen oder nicht, sondern weil es das Richtige ist zu machen. Und das kaufe ich ihm auch ab, dass das jetzt kein blöder Spruch ist, sondern dass es wirklich so ist und das war auch schon von Anfang an mit dem iPhone unglaublich gut. Also Applaus, Applaus für Be My Eyes und überhaupt für solche Sachen, die die Leuten es ermöglichen, sowas zu benutzen. Genau.